Shut the fuck up,이라고eter�es Die Teamleuther! ich glaub, die haben eine ganz dasehämorrhäite, glaub ich Dude what? Durmdurmdurmdurmdurmdurr R-R-R-K-R-E-R-K-R-K-R-K-R-K Yellow Link her on youtube, then I'll subscribe man Ah, der will bei mir subscriben, Mann, das ist ein super Mann Das ist wie seine Kameradschaft, die war einfach Knüppelkanne aufm Schlachtfeld Die kriegst nirgendwo sonst irgendwie in der Welt, weh Fällt gerade ein bisschen traurig, weh Das macht mich jetzt echt traurig, fröhlich, äh, traurig. Da wacke ich, ich glaub wirklich, dass er mich mag. Ich freu mich. Ey, Kinaos und Donos. Hallo. Okay, gut, gut, wenn du das sagst. Ich glaub, der meint das ernst. Mensch, Kinaos, Hallöchen. Ihr wisst ja, der Dumbabla hat das Dumbabla-Ding verloren. Da ist ein blätes Spiel. Gott, sind die laut. Speedshot. Darf ich spielen mit dem da? Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt. Äh, was? Das ist Englisch, was der da erzählt. Wo ist denn das jetzt? Muss ich mit denen mitlaufen oder wie? Ach, nee. Ich spiel halt oft Pokémon, wech. Und da ist es nicht so hektisch. Da ist es nicht so hektisch mit so einem Scheiß, ne? Ah, gut gemacht, Mensch. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Mitspieler. Der hat das gut gemacht, wech. Was will der von mir haben? Ein Pichel? Hä? Ah, dick. Wenn die Leute dick sind, wech, wenn sie dick sind. Der ist klein, dick. Der ist ein bisschen dick, sagt er. Der ist ein bisschen dick. Also, der hat nicht so viel gegessen, wech. Manche essen ja sauviel, manche Leute. Die essen unglaublich viel. Dabei ist er ganz dick dick. Aha, gut. Ah, ja, gut. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Yeah. That sounds good. Der hat einen dicken... Da, 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 da. 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 Wir sind Freunde geworden. Haha. Ich bin mit dem Zappel jetzt. Wir sind jetzt freiraten, glaube ich, oder? Warum singen denn nicht mehr? Hallo? Alle singen nicht mehr? Da hat so ein schönes Lied sungen gerade. I'm side down. I'm side down. I'm me on. Ah. Das erinnert mich direkt an meine Liebe. Welch meine Frau. Ich hab ja, ich hab ja irgendeine... Das ist ein Mensch. Kein Schaf oder so. Und das ist immer... Das ist unser... Das ist unser Lied. I'm side down. Warte mal. Konzentration jetzt. Gonna fuck him. Aha. Genau. Und beim B. Ist das B? Das ist doch der B, oder? B ist das, ne? Ist das B? Ja, das ist B. Gell, okay. Gut, gut. Ah, der ist laut. Das ist so ein lauter. Ich glaub, der kommt aus lautern. In dem Ding, da. Hallo? Hallo? Ah, scheiße. Ich glaub, die können mich grad nicht mehr hören, da. Bunkert. Da ist er noch. Ah, ich hab noch... Ich hab... Das ist fast... Hey! Du bläder Pisser. Wo willst du herkommen jetzt? Hä? Ja, genau. Sag dem gerade mal wieder hasen. Ich krieg nur direkt richtig, äh... Anfall. Ah. Mir ist es beruhig jetzt. Hier. Ich bin ein kluger Mann. Klar. Ich hab lange Zeit Kosmetik studiert. Das wisst ihr ja. Aber ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht alles machen. Ich kann einfach nicht alles machen. Oh, oh. Ah. Ah. Oh, Pro-Game, dude. Oh, fucking Pro-Game. Jetzt kann nix passaren. Ha? Merk ich was? Ah, haha. Du musst den Light's Haar wieder hasen lassen. Wer macht der jetzt fertig? Der Orange? Wo ist denn der Orange? Der ist noch unter mir. Ah, haha. Wie kann man nicht schlechter sein? Ach, guck mal. Der hat den Orange umgebracht. Das hat der Orange jetzt gemacht. Die. Why man? Why man? Da ist einer bei mir drin. Ah, der ist tot. Ich will mit ihm seine Waffe haben. Hat er eine Peng Peng Waffe gehabt? Nee. Ah, doch. Da liegt sie, ja. Ich hab mein Auge mal lasern lassen. Die waren so schlecht die ganze Zeit. Jetzt hab ich wieder Eierseite. Eierseite halt. Keine Ahnung. Meine Eier jetzt machen können. Ich weiß nicht was. Mhm. Mhm. Yeah. I can feel it, dude. I live in the trash can, dude. I live in the trash can. Ich kann nicht mehr Englisch. Ich hab das ja gedacht. Ich kann das nicht. Aber ein bisschen kann ich mich schon wehren. Na? Ich kann mich schon ein bisschen zurecht setzen. Shut the fuck up. I love you. Die Themenläuter. Die erzähle irgendwelche in fremden Zungen. Erzähle die. Looter-Krits. Irgendwelche Looter wahrscheinlich, ja. Ich hab mich so in das Spiel gefreut. Mit Leuten die mich mögen. Weißt? Ich wollt Freundschaft schließen in dem Spiel. Und auf einmal geht's nicht. Weil da irgendwelche Leute weiß nicht wie ich nicht mehr geht. Nee. Da werd ich einfach traurig. Da werd ich schlicht und ergreifend traurig. Wenn ich sowas mitbekomme. Aha! Aha! So sieht sie mich aus mein Freund! Uuuuh! Applaus! Ja! Die Masse! Da lachen sie! Lube! Ich glaub die haben eine ganze ganze Hämerhnte. Glaub ich. Dude, what? Du bist so. Du bist so. Du bist so. Und du bist so. Du bist so. Ich kann ja nicht mit einer Sprache. Ich bin ein Duder. Ich mach jetzt so. Achtung! Jetzt sind sie alle weiß. Und dann mach ich den so. Das ist so eine geheime Attacke, die ich erstmal konnte. Aber jetzt ist es schwierig. Im Wasser. Richtig. Ab! Seid! Daun! Turn it out, turn it. Der defust die Bombe schon. Ah, das ist super, was der macht. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit langt. Warte. Warte, langt die. Ich sehe. Ich glaube, der ist tot. Ich finde es wirklich herz aller Liebsten, die ich umsorge. Da stirbt keiner, ohne dass man noch einen netten Kommentar bekommt. Ich verstehe es jetzt zwar nicht, aber ich denke, es ist sowas wie Kopf hoch, halb durch. Es kann nur noch besser werden. Ich habe deine Mutter nicht gefickt. Oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwas wird es eigentlich sowas in der Art. Ich glaube, von da hin, aus dem Gang komme ich so manchmal. Und zwar jetzt auch in dem Moment. Aha, aha, gut. Das hat keine Waffe gehabt. Schade. Ich glaube, da komme ich so. Aha, gut, gut, gut. Aber meines Lebens hat mich schon arg aufgeschossen, den Kamerad gerade. Ich ziehe mich brutal, um genau zu sein. Wo sind die jetzt? Das Bankert. Ah, der hockt da oben. Okay. Don't look, Alter. Der Riechschild nicht gerade. Dumm Kopf, verschissen. Upside down. Why turn me? Ah, ha, 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 ha. Ich habe dich tot gemacht. Guck. We all know that your dad is Adolf Hitler. Oh, we all know that your dad is Adolf Hitler. Oh, we all know that your dad is Adolf Hitler. Das ist doch der aus dem Spot unerricht. Los, 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 gehen wir. Geh mal los jetzt hier. Ich spüre es. Ich bin richtig hyped jetzt. Ah. Geh weg. Ich mache es da alle tot. Wie ein Stück trocken. Scheiße. Bin mir runtergefallen, ne? Guck mal, ich schmeiße tot. So ein Brandfeuer-Humbummi. Da ist er, ne? Aha, hinter mir hat er sich auch geschnitten. Ah, das ist vielleicht ein Bitter. Ah, so ein Bitter, zack. Ah. Ah, wir nehmen sie jetzt. Ah. Das hängt mich jetzt auf. Ah. 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 Ah, jetzt sind wir beernascht. Hä? Wir gehen alle auf. Ah, hat er gesagt. Und er macht was. Oh, ich bin schon. Ah, schau. Ihr wisst, jo. Lange Zeit Tetris-Pokémon. Das war es halt, weh. Wenn man Pokémon fängt. Jahrelang. Du kannst halt irgendwann auch denken, wie so ein Pokémon, ne? Und guck mal, guck mal. Hast du das gesehen? Das ist wie, als hätte ich so ein Bitter Samen gepumst. Oder halt ein Raupi. Das bewegt sich halt viel. So ein Sapkorn. Karpador. Ähnlich. Da macht er Platscher und ich mache einen Klatscher. Bam. Oh, jetzt ist es weiß. Hallo, Willst du hier? Oh. Montag. Ruhetag. Was ist denn heute für ein Tag? Ah, Freitag. Es ist gut. Heute ist offen. Killer. Killer, where are you from? Germany. Oh, sadly for kicking her. We are from, we are some Danish cunts. Oh, okay, okay. Die sind alle so lieb zu mir. Ich liebe Koiwurst. Oh, Koiwurst. Ah, guuut, guuut, guuut. Ich glaube, es geht langsam ums Endzu. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ah, da ist eine Achtung. Oh, wacht. Ah, der ist tot. Gut, gut, gut. Ey, Vorsicht, Vorsicht. Ah, Purple, das tut weh. Hallo. Wenn man mich schifft, wenn es ins Auge geht, ne? Dann ist wieder einer da, der seine Mutter was sagt. Die hat mir ins Auge schon so. Ah, der will bei mir subsriben. Oh, das ist ein super Mann. Das ist ein Kameradschaft, die war einfach Knüpfelkane auf dem Schlachtfeld. Die krieg ich nirgends wo sonst irgendwie in der Welt. Die fällt gerade noch ein bisschen traurig. Das macht mich jetzt echt traurig, fröhlich, äh, traurig. Der mag, der mag nicht. Ich glaub wirklich, dass er mich mag. Ich freu mich. Hat er erst das spätes Spiel abgebrochen? Jetzt reiß ich aber gleich mal meinen Sack ab. Ich hab vergessen, auf die Aufnahmen zu drücken, weil wieder ein Dritter. Oh, nee. Dumbabla, bringt mich um. Der bringt mich um. Guck mal, was soll's. Was soll's. Egal. Der will mir sein Fresshalter. Immer sagt er, ich wäre so schlecht, ich würde seinen Rang kaputt machen. Wer hat denn gerade gewonnen? Gut, ich war letzter, aber wer hat denn gerade gewonnen? Und das mit der Scheißerei, weißt du was? Das stimmt doch auch nicht komplett. Ich mach nämlich nicht hier alles voll mit Kacke. Manchmal passiert mir ein Malheur. Aber das ist in meiner Haus und das war's. Und fertig ist der Lack. Ich heiße nicht auf das Bett. Ich heiße auch nicht auf die Couch. Also bis auf das eine Malheur. Aber so nicht passiert mir das nicht, okay? Also sagt dem, oder? Das soll nicht so gemein zu mir sein, ne? Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich das Bettend nicht mitgeschnitten habe. Aber ich war so in einem Eifer des Gefechts. Ich war so gefangen in der ganzen Geschichte. Ich hab so Angst gehabt manchmal. Ich hab nicht auf den gedrückt, weil das ausgegangen ist. Ach, scheiße. Scheiße. Aber Geld macht's gut. Schöne Weihnachten. Ciao. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.